Die ganz große Chance für den FC Augsburg. Nur ein Punkt aus den letzten beiden Spielen in Offenbach und zu Hause gegen Braunschweig. Murat Hidouat, ganz sicherer Mann vom Punkt, so auch hier. Das 1 zu 0 in der 68. Minute für Augsburg, hochverdient. Der 23-fache marokkanische Nationalspieler Murat Hidouat, ein ganz sicherer Schütze. Einmal, zweimal und dreimal in dieser Saison hat er schon einen Elfmeter verwandelt. Christian Persson, klassisch, verladen. Murat Hidouat. Jena brauchte jetzt unbedingt die...